Musik Schriftgelehrte, Dichter und Maler machten sich auf, den Harz zu bereisen. Später wird er sich Heinrich Heine nennen. In pechdunkler Nacht kam ich an zu Osterode. Ein Steiger, nachdem er sein Grubenlicht angezündet, führt ihn nach einer dunklen Öffnung. Die Begeisterung Heines über die Ilse wird jeder verstehen, der heute auf dem Heinrich-Heine-Weg an den Ilse-Fällen entlang wandert. Dezember 1777 Goethe, der als Dichter unerkannt bleiben wollte und sich Maler Weber nannte, hat im Rathaus übernachtet. Oben auf Torfhaus saß nichtsahnend der Förster Christoph Degen in seiner vom Kamin durchgeheizten Gaststube. Nach der Begrüßung äußerte er sogleich den Wunsch, der Förster möge ihn auf den Broggengipfel führen. Goethe und Degen standen auf dem Gipfel. Goethe. 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 Goethe.